willkommen zurück auf der sps connect ich hoffe sie klicken sich auch weiterhin eifrig durch das portal da finden sie ja wie gesagt das gesamte programm das gesehen haben der agenda sie können da eine panels die wir heute haben und auch morgen in ihren persönlichen termin kalender hineinpacken sie können auch mal gucken was im anderen stream so los ist wir haben zwei streams hier wir haben hier die main stage wir haben auch gleichzeitig noch parallel dazu laufen die technology stage wo dann auch die themen die um dies heute geht und auch morgen einfach noch etwas vertiefender und noch etwas spezieller aus anderen blickrichtungen dann behandelt werden also da ist viele viele möglichkeiten wir haben ja gesagt wir wollen ihnen ja alles das bieten all das bieten was sie sonst von der sps in physischer in realer form in nürnberg auch gewohnt sind eben jetzt digital und virtuell sensorik und industrielle kommunikation das sind die themen um dies heute nachmittag hier geht und in einer fertigungsstraßen das ist es ja so da passieren ja viele dinge mit großer geschwindigkeit die mover der linearen transportsysteme schießen hindus hin und her industrieroboter drehen und wenden bauteile eine unmenge an informationen werden gesammelt verarbeitet und weitergeleitet viele daten fließen über kabel vieles und auch immer mehr über funk und welche herausforderungen sich da ergeben wenn wir eine werkhalle haben die ja vielleicht nicht unbedingt dafür geeignet ist aber trotzdem sehr viele funkgeräte vereint und welche lösungen es da gibt darüber wollen wir jetzt gemeinsam sprechen der nächsten halben stunde und zwar mit dr peter nevermann er ist director consulting and business development bei der ctcom gmbh schön dass sie hier sind recht vielen dank dass ich hier sein darf ja grundsätzlich erst mal die frage ich habe schon gesagt vieles läuft über kabel aber auch vieles über funk warum eigentlich funk statt kabel das ist gut da fange ich immer gerne mal mit an ja genau wann braucht man denn kein funk kein funk brauchen sie wenn sie in ihren gebäude an jeder alle zwei metern bodentank haben mit nicht nur zugang zu strom sondern auch zu den isernet kabel oder konstruktion wo sie von der decke vielleicht zugriff haben zu den sachen ich habe mir aber erzählen lassen dass das doch wenn sie gerade von ganzen gebäude komplexen reden oder großen werkhallen doch recht teuer wird es gibt also einfach ein preis thema das funk an manchen stellen einfach die kostengünstige variante ist und dann ist es so ich bin schon was länger in dem in dem business ich war unter anderem bei einer firma die haben sich darum gekümmert verkabelung hinter im für industrieanlagen und da gibt es so schleppketten also schon vor 20 jahren war es ein thema zu sagen okay die von ihnen angesprachten linearen oder auch roboter die sich bewegen brauchen ab und zu dann doch mal eine neue oder ein austausch der kette und ist es gar nicht so sehr dass das kabel so teuer wäre sondern da steht die maschine das dauert man kommt da schlecht ran das ist aufwendig nur vor 20 jahren waren eben die funksysteme noch nicht so zuverlässig und noch nicht so ausgereift in dem sinne dass sie in der ungeeigneten industrie umgebung da stellt einer gitterbox auf einmal in den weg die vorher nicht stand auf einmal ist ganz anders das wird heute gelöst mit funksystemen die viel zuverlässiger sind was unter anderem daran liegt dass mechanismen da sind heute wie zum beispiel multi antennen systeme mehrere antennen plus diversity sondern richtig maimo also richtig verschiedene das sie wird receiver unterschiedliche receiver die das ausnutzen können sogar reflektion dass die rechenleistung größer wird dass da also fehlerkorrekturen passieren können das handover von einem access point oder basis station zum nächsten wenn sich das ding bewegt auf einmal auch möglich werden die möglichkeiten gab es vor 20 jahren noch nicht also die kombination aus ja sag ich mal preis und fähigkeiten spielt eine rolle und ganz neu oder was ist ganz neu oder was jetzt an bedeutung gewinnt ist die flexibilität heute müssen sie auch wohl häufiger als in der vergangenheit mal ihre linie umbauen auf einmal brauchen sie dann kamerasystem so das noch mal wenn sie im bodentank alle zwei meter haben gut kabel ran fertig fertig wenn nicht uns weiter weg ist oder teurer ist dann macht das schon sinn strom haben sie meistens stellen die box dahin zwei antennen bitte zwei möglichst komme ich gleich mal noch dazu vielleicht heute dann dann haben sie eine verbindung und können das überall hin bauen wo sie gerne möchten ohne sich groß gedanken machen zu müssen wie das mit der konnektivität läuft also dass diese flexibilität ist glaube ich ist im moment der treiber des ganzen weil die anforderungen wird viel größer selbst im büroräumen haben sie heute keine festen arbeitsplätze mehr schon mal gerne sondern verteilt die leute und da ist das ganz konkret selbst selbst für ganz noch nicht mal fertigung sondern in der verwaltung ist das selbst da ist funk inzwischen rein preismäßig und von der flexibilität eine sehr interessante lösung wobei man doch immer wieder dann auch störungen hat auch jetzt mal von von der verwaltung oder von büros oder so ausgeht in einer fertigungshalle stelle ich mir das viel viel komplexer vor wenn da gefunkt wird und da sind ja auch maschinen da ist oft stark strom im spiel das ist alles viel anfälliger nehme ich mal an ja das ist sehr richtig sie haben in der fertigung gibt es eine große anzahl von bekannten problemen nenne ich das mal das eine richtig sie haben schon von hause aus in der industrie eigentlich eine höhere erlaubnis eine störaussendung oder mehr störung zu verbreiten und wenn sie gar eine erodiermaschine irgendwo in der ecke stehen haben das ist eine elektromagnetische schreck treckschleuder ohnegleichen ich bin da jetzt mal so direkt formulierung ja da müssen sie also aufpassen wenn sie der funk noch hinzusetzen wollen weil der ganze funk lebt von einer hoch empfindlichen empfänger aber als erstes ist das mal schon gekennzeichnet sie haben viele reflektionen sie haben natürlich sehr viel metall die maschinen sind meistens aus metall die berühmten gitterboxen sind aus metall die werden dann auch noch bewegt und irgendwie hin und hergestellt alles alles flexibel und dann kommt noch hinzu dass und das wird wurde heute bei vielen gesprächen vorstellungen wird immer das netzwerk betrachtet ich möchte mal ein bisschen darauf hinweisen nicht die terminals also die geräte die mit der basisstation verbindung stehen die nicht zu vergessen weil die sind leider auch nicht unbedingt für funk gemacht sondern ein beispiel da war ich mal sehr überrascht selbst in einer industrieumgebung wo man meint alles strom voll automatisch dann sind die leute mit akkuschrabern unterwegs gewesen weil das eben sehr flexibilität sehr flexibel ist die hängen da nicht am kabel sondern könnte auch in die letzte ecke da werden dann schrauben festgezogen sie wollten dokumentieren mit welchem drehmoment die festgeschraubt werden so dann haben sie in so einen akkuschrauber musste jetzt funk rein dafür ist der mal nie entwickelt worden der hat motor da drin gut der läuft nicht immer dann wenn sie funken wollen das können sie auf der zeitschiene etwas entspannen aber sie haben andere elektronik drin und nur ein beispiel ich sage immer wenn es um funksysteme gibt die dc-dc wandler ist der natürliche feind eines jeden funksystems ich zeige ihm 900 megahertz die 620 der oberwelle von dem dingen 1,5 das heißt es gibt ein begrifflich heißt das in europa self interference in usa wurde mal glaube ich von motorola der begriff die sensation andere firmen benutzen den begriff neues management der beschreibt dass sie eigentlich in den terminal in den geräten die sich damit verbinden das problem haben sie haben meistenteils ungeschirmte elektronik die und jetzt ist der witz klar halten die alle fcc und c kennzeichen ein nur diese grenzwerte sind mal gemacht worden dafür dass sie da mit dem akkuschrauber sind und ich hier mit meinem handy mit dem abstand wenn sie das jetzt in ein gerät bauen haben sie das problem dass diese berühmten 30 37 mikro volt pro meter an zehn meter abstand die können sie mal umrechnen dann landen sie bei minus 58 minus 60 dbm leistung die sie da abstrahlen dürfen daneben ist jetzt ein funkempfänger der hat minus 110 db empfindlichkeit das sind 50 db sie haben ein problem zehn hoch fünf so jetzt komme ich schon mal zum eigentlich zu dem punkt es gibt firmen wir sind in einem testhaus wir haben sehr viele übrigens sehr viele unheimlich verrückte sachen merkzeuge mit funk jetzt können sich könnte ich ihnen wenn man das durfte könnte ich da tollste sache erzählen wir sind ja bei funk gerät ja es gibt ganz viele werkzeuge wo jetzt funk reinkommen die nicht dafür gemacht worden sind und wir unterscheiden sehr wohl sehr schnell und sehr böse manchmal zwischen firmen die das zum ersten mal machen und firmen die das schon mal gemacht haben dringender hinweis an dieser stelle schon suchen sie sich ein partner der da schon einmal durch ist ja das kennt das ist sehr wichtig weil diese also wenn er noch nie was gehört hat von die sensation oder so was oder self interference dass sie da komisch anguckt sollten sie sich jemanden suchen der da vielleicht schon mal was davon gehört hat weil das ist ein großes thema wissen wenn das gerät die basis station nicht hört da können sie ausleuchten wie sie wollen das system funktioniert dann nicht mehr sie müssen das system ja betrachten nicht nur noch die eine sache ich habe basis station noch ein nöcher hängen und ich habe einen guten eigentlich guten empfang ja eigentlich aber eben eigentlich das ist genau das thema wir wollen das ja irgendwie lösen wir müssen ganz kurz an ihr mikrofon mal kurz ran da raschelt es nämlich ein bisschen aber das kriegen wir gelöst und jetzt raschelt es nicht mehr das ist ja genau das ding das wollen wir ja lösen wir haben eine wie gesagt eine sehr unfreundliche funk unfreundliche werkshalte wie wir sehr schön definiert haben haben viele funk geräte drin was mache ich denn jetzt ja als erstes mal wenn sie jetzt funk in der werkshalle etablieren wollen weil die sort um flexibel zu sein sollten sie sich ein paar grundsätzliche fragen vorerstellen und und überlegen und auch die auswirkung auf die terminals das erste ist das ist schon mehrfach dieser tage diskutiert worden ich bleibe mal bei dem beispiel wifi 6 oder lte oder 5g was da nicht angesprochen wurde ist wifi ist in einer einen sogenannten unlizenzierten band unterwegs da darf jeder lte oder 5g da sind sie einem lizenzierten band müssen auch bezahlen wie gesagt diese 1000 euro da beziehungsweise vor zehn jahre sind die ganz grob also teurer geworden nee das ist begrenzt auf zehn jahre ach so okay oder die gelten für zehn jahre also pro jahr hunderter oder 300 euro oder so was ich habe eine größere fläche gerechnet da gibt es ein schönes tool von der uni dortmund da können sie das ausrechnen was sie bezahlen müssen wenn sie selber lte oder im zweifel bei der bundesnetzagentur das ist dieses das ist diese schöne einrichtung sie können in deutschland seit kurzem ihr privates lte 5g band sich lizenzieren lassen für ihren bereich also für eine gewisse fläche wo sie unterwegs sind das läuft zwischen 3,7 3,8 gigahertz das ist teil des band n 78 das ist eine sehr interessante deutsche lösung für genau dieses problem weil dann kaufen sie sich quasi von diesen 100 megahertz meinetwegen 30 megahertz in diesem 0,5 quadratkilometer und dann darf ihnen im wahrsten sinne des wortes keiner dazwischen funken selbst wenn ich mit dem handy kommen das würde 5g in dem band unterstützende bei den frequenzen wo die sie gekauft haben nein das wird über sim karte dann geregelt und das ist natürlich für eine hohe zuverlässigkeit entscheidender punkt es gibt ein gegenteil also noch nicht nicht das wifi 6 ganz vergessen das hat interessanter vorteil aber sie müssen sich erst mal unterscheiden lizenziertes und lizenziertes band das lizenzierte band hat entscheidende vorteile bei dem unlizenzierten band und insbesondere bei 2,4 gigahertz haben wir in zwischen situation dass das so voll ist dass das probleme gibt insbesondere in industriellen umgebungen beispiel in den usa haben sie in den krankenhäusern bei 2,4 gigahertz so viel interessante anwendungen auch legacy also ältere geräte dass jedes neue gerät da möglicherweise ein problem kriegt die probleme sind in der und wenn er von intensivstationen in usa im krankenhaus ein problem auftaucht können sich vorstellen da ist wird es interessant kann lebensbedürmerliche folgen genau deswegen hat das vor jahren nicht die fcc nicht die federation of communication sondern die fda auf den plan gerufen die fda ist die federer federer die die behörde die die medikamente zulässt food and drug administration also die die eigentlich die medikamente zulässt die ist aber auch zuständig für jede elektronik die ins krankenhaus kommt und die hat die das amerika die ansi das american national standards institut angewiesen eine test spezifikation zu entwerfen um diesem problem herr zu werden und da gibt es eine ansi norm ansi 63.27 die sich mit der coexistence befasst von wireless system der titel ist allgemein aber ganz konkret auf 2,4 gigahertz abgestellt die solche geräte passen müssen das beschrieben sie müssen erstmal gucken welche umgebung ist das was was ist lebensgefährlich als kpi also als funktion welche muss unter allen umständen funktionieren und dann werden die geräte bewertet warum ich das erzähle hat folgenden grund wenn sie wifi 6 oder eine wifi version in ihrer fertigung bringen wollen dann können sie das machen dann sollten sie nur ein paar randbedingungen betrachten das ist deswegen interessant weil die auch in den geräten terminals die module billiger sind also es ist eine interessante alternative zu 5g oder zu allen anderen 4g anwendungen die es da gibt die neuen wifi version oder wie wifi 6 zum beispiel das ist edu 2.11 be glaube ich unterscheiden sich von den älteren dass die sehr flexibel sind so handover sowas machen können aber wenn sie in dem gleichen netzwerk in ihrem benachbar gebäude jetzt normales wlan haben oder in ihrer werkselle und das habe ich gesehen da wird bluetooth betrieben bluetooth le ist eine andere oder eine völlig proprietäres protokoll dann hat das problem dass wlan das ist die anderen protokolle nicht sieht oder nicht kennt es gibt inzwischen wlan systeme oder gibt es tools tolle tools von den herstellern von diesen routern übrigens brauchen sie die dann auch wenn sie sowas machen wollen zwingend die erkennen zumindest bluetooth classic oder ähnliches also einige bekannte protokolle aber nicht alles und jetzt passiert aber folgendes wenn sie jetzt eine kontinuierliche störung hätten deswegen diese antinorm ist übrigens keine stürfestigkeitsnorm denn wenn sie kontinuierlichen störer haben können die meisten systeme das erkennen so listen before talk also die hören auf dem kanal ist überhaupt frei so wenn dann nur alle nasen lang was kommt weil das protokoll von dem anderen bluetooth le oder von dem völlig anderen protokoll in dem gleichen band passiert erkennt das wlan system das nicht unbedingt legt los und jetzt haben sie die störung es dachte ist ja frei ja das heißt dieses zusammenspiel völlig unterschiedlicher protokolle macht die probleme im realfall so wenn sie jetzt auf der grünen wiese sind bei der 8 oder 11 n gibt es übrigens ein greenfield mode genau dafür völlig alleine dann ist gut das heißt wir sind bei einer organisatorischen frage wenn sie denn in ihrer firma oder die it die werkshalle unter ihrer kontrolle haben was da passiert funktechnik und vielleicht auch noch die benachbar gebiete und ganz wichtig auch wenn fremd firmen reinkommen ihr eigenes wlan aufmachen oder die mitarbeiter die heute radio in der werkstelle nicht mehr über fm ukw radio hören sondern über die frei wlan wenn sie das unter kontrolle haben dann ist das eine interessante alternative ansonsten ist so ein unnitzisiertes band da darf jeder dazwischen funken und das ist eine sache die sollte man an der stelle nicht vergessen deswegen ist diese dieses campus netzwerk 5g also diese berühmten 3,7 bis 3,8 gigahertz als deutsche lösung was sehr tolles was innovatives aber meines wissens leider nur in deutschland verfügbar apropos dazwischen funken da muss ich nämlich auch mal ganz kurz weil wir sind ja zu nah zusammen ja wir haben ja unsere corona regeln dass wir da entsprechende abstände waren und deswegen wollen wir das natürlich auch entsprechend beachtet haben schon so ein paar möglichkeiten angesprochen was es zu beachten gilt gibt es denn so eine patent lösung natürlich nicht das wäre zu einfach sondern es hängt davon ab und wenn wir über verschiedene funksysteme oder was ist gut für die fertigung reden müssen wir nicht nur über die technologien reden also zum beispiel wifi und lte und 4g oder 5g gibt es übrigens noch mehrere sondern auch über frequenzbereiche das schöne ist bei wenn sie zu tiefen frequenzbereichen geben das hat ja der kollege vorhin noch noch mal kurz erläutert bei viel iot für die sensoren netzwerke wasser stand oben am reim da brauchen sie große fläche große reichweite schicken nur ein paar daten da sind solche tiefen frequenzen sehr gut geeignet man könnte auf die idee kommen das auch in der fertigung zu bringen weil dann brauchen sie weniger basis stationen durch stringung durch wände glas ist viel besser als bei den hohen frequenzen sollte man aber eins vergessen sind wir wieder bei meinen lieblingsthema terminals bei den geräten die zum system gehören sie müssen nämlich wissen dass wenn sie eine antenne in ein gerät bringen braucht die antenne gewisses freies volumen um sich herum da darf nichts sein kein metall nichts leitendes kein kabel nichts damit ich vernünftig funktioniert das hängt von der frequenz also von der größe der resonanten antenne an die frequenz desto kleiner die antenne wenn sie also von einer wlan antenne einfach mal skalieren das können sie auf 900 megahertz oder sowas dann braucht die antenne bei 900 megahertz 20 mal größeres volumen um sich herum frei das kriegen sie eigentlich in so einem akkuschrauber gar nicht vernünftig hin sondern haben sie eine stab antenne raus gucken es gibt anwendungen da funktioniert das aber nicht bei allen jetzt kommt es wieder darauf an welche arten von geräten haben sie denn in ihrer fertigung wenn sie überall die kameras haben großer block gucken zwei antennen raus super geht alles wenn sie einen akkuschrauber haben schwierig ja so ein handy hersteller der kann die 700 oder 900 megahertz aber der weiß vorher der 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 design die antenne vorher rein und er hat auch ein paar patente übrigens noch wieder das vernünftig hinkriegt dass ein paar mehr wenn da gleichzeitig versorgt werden da haben da hat der arme hersteller oder umrüster von den akkuschraubern keine chance und auch nicht die möglichkeiten so und da ist es zum beispiel günstiger dann vielleicht zu hohen doch zu hohen frequenzen zu gehen zumal hohe frequenzen wieder ein anderes thema gleichzeitig hohe datenraten also übertragungsraten weil hohe bandbreiten ermöglichen das ist bei den tiefen frequenzen die sind eher gemacht ein paar bits sind also wasserstand vom rein ein paar bits senden kein problem wunderbar wenn sie aber das video verschicken wollen oder operation bei einem krankenhaus und der sägt gerade mit einem skapell am herzen rum ist aus der kamera sehen der funk sollte es wenig zeitverzögerung ja gut auch nach fertigung kameraüberwachung sollte auch wenig zeitverzögerung dass die datenrate muss ja dann landen sie bei hohen frequenzen noch mal hohe frequenzen das geht schon los vielleicht zu hause fünf gigahertz wlan vom handy bis zum fernseher sobald eine wand dazwischen ist vorbei das heißt das geht das kommt mit dem preis das sind ganz viele access points und die verschaltet werden und das können sie aber machen zum beispiel mit wlan 5g ist eine interessante variante ist heute noch nicht so voll wie vor fünf jahren die 2,4 so oder eben mit 3,7 gigahertz 5g lte oder 6g oder 6 gigahertz oder 7g hat es gerade diskutiert für wlan also für höhere frequenzen die ganz hohen frequenzen lasse ich mal kurz raus die 24 26 gigahertz also 5 mm 5g millimeter wave weil das erfordert beamforming das immer noch ein bisschen weg von und das ist glaube ich auch für eine fertigung nicht so wirklich interessant da geht es mehr darum für anwendungen das war ja schon mal stadion 30.000 leute und die wollen dann alle gleichzeitig parallel das andere spiel gucken in einer anderen stadt und 4k stream streaming machen und da brauchen sie die möglichkeit also die frequenz die sie haben und die bandbreite einmal in die ecke zu schicken und die ecke und dann zu wiederholen das hat der vorteil riesig wirklich richtig viele leute mit hoher datenrate zur versorgung in der fertigung ist eher die gute ausleuchtung das problem und wie gesagt die terminals die bitte auch eine hallways performance haben müssen und da kommt rein dass sie da nicht nur eine antenne reinbauen sollten sondern man sollte nicht unterschätzen diese maimo geschichten maimo ist wirklich multiple input output mehr antennensysteme wo wirklich ausgenutzt wird und bitte nicht maimo mal sidestep zwei antennen so nebeneinander wie versuche ich das politisch korrekt hinzukriegen ist mit guter performance ein widerspruch in sich zu deutsch der größte schwachsinn die saufen sich gegenseitig die leistung weg die die stören sich gegenseitig und maimo lebt davon dass jede antenne ein bisschen ein stream in die andere richtung schickt damit ich dahinter der gitter box die antenne sehe ich nicht aber die zweite durch die dritte reflektion kriege ich zu sehen wenn ich jetzt im handy in dem handy so schon in dem terminal auch noch wieder zwei antennen habe dann führt das zu richtig guter coverage das immer bei den auch zuverlässigkeitsgeschichten und übrigens gibt es bei lte 7 7 verschiedene verfahren zu meinem oder wird sogar gesagt dreh mal die bit folge um und sende das noch mal ein bisschen zeitverzögert weil das sind wirklich verschiedene receiver chains dahinter also da gibt es inzwischen technologien die richtig helfen diese zuverlässigkeit und diese abdeckung zu gewährleisten und die sollte man dann tunlichst natürlich auch nutzen wir sind mitten drin wenn sie gerade eben erst dazugekommen sind im thema herausforderung und lösungen bei der verwendung sehr vieler funkgeräte in einer vermeintlich funkunfreundlichen werkshalle ihre fragen können sie natürlich auch jederzeit loswerden können sie einfach hier im portal eintippen bei slido und dann werden wir die entsprechend auch in die kleine runde die wir haben auch mit einbauen jetzt ist es ja so dass man bei kabel über kabel geht ja relativ sagt man anführungszeichen sicher ist was verschlüsselung et cetera angeht also ich habe mein kabel solange ich alles über kabel laufer kommt da auch erstmal kein anderer grundsätzlich ran wenn ich es wenn ich wenn ich ein geschlossenes netz habe bei funk fliegt alles wirr durch die luft ich kann das natürlich entsprechend begrenzen mit der entsprechenden sende leistung so dass ich die halbe nachbarschaft was davon hat aber trotzdem verschlüsselung ist wichtig ist ein thema welche standards gibt es da gerade also es gibt natürlich die system inhärenten verschlüsselung und dann können sie immer noch darüber diesen ihren vpn oder sonst also kanäle legen die sie selber verschlüsseln bei narrowband iot müssen das übrigens sogar selber machen das lässt sich gar nicht in ip umgebungen ein einbauen das große problem hier ist klar verschüttet die verschlüsselung funktioniert es gibt auch inzwischen testverfahren dazu da gibt es ein bisschen die die diskrepanz zwischen dem anspruch wie gut und wie wie derb müssen denn die verschlüsselung oder die die test dieses security sein und wissen sie diese module oder was eingebaut ist dafür nichts kosten also jeder jeder halber euro ja schon killing point und wenn sie danach auf einmal ein test szenario dahinter bauen für jedes dieser 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 geräte dann dann ist das kein business ist übrigens gerade eine riesen diskussion in der branche es gibt so eine test zumindest minimal ist die grätschen frage ist gar nicht so sehr gibt es die verschlüsselung gibt es und jede verschlüsselung ist knackbar wissen was bei solchen sachen war das problem ist sie haben jetzt sind wir da bei dem terminal bauen setzen terminal möglichst billig dann können sie kein software update machen wenn sie da irgendeiner man eine schwachstelle findet das ist bei den sensor system das riesen thema die sind die sind aufzeiten für batterien zehn jahre ganz alleine irgendwo in der wildnis was kann die wasserstandsmeldung ja simulieren sie mal eben eine flutwelle die dann rein und runter kommt es interessant so also da kann man auch schon unfunk betreiben und die riesen diskussion ist hier ist es jetzt versucht man das einfach zu behalten und legt einer verschlüsselung drüber über den funk den man dann vielleicht angreifen kann oder macht man zum beispiel die möglichkeit eines software updates was aber wiederum ein einfallstor darstellt da gibt es keine richtig gute antwort dazu im moment jedenfalls nicht mir bekannte sage ich mal so das ist ein thema für sich es ist aber natürlich so dass die die funksysteme abzuhören und zu entschlüsseln ist schon relativ aufwendig und schwierig und die meisten angriffspunkte funktionieren eher auf den anderen netzelementen und das kam heute schon mal ganz kurz zur sprache und deswegen gibt es verschiedene angebote von den netzbetreibern wenn sie bleiben aber ganz in der ecke campus netzwerk sie haben die von volle kontrolle über alle netzwerkelemente die stehen auch physikalisch bei ihnen in der firma möglicherweise und dann gibt es natürlich die andere möglichkeit die sagen einfach sie zu gehen zu den großen netzbetreibern ihres vertrauens ob das telefonica vodafone oder die telekom ist und sagen okay gib mir ein paar sim karten ich habe gute versorgung und der rest ist mir okay dann liegen die daten natürlich laufen alle über die server von dem netzbetreiber und da gibt es ganz viele zwischenformen es gibt sogar die form das ist man vielleicht mal anwenden das nennt sich slicing das heißt sie kriegen eine scheibe frequenzscheibe von ihrem netzbetreiber in dem ganz normalen netz band 3 oder also 1800 oder so was oder band 20 bei 700 megahertz sie kriegen und das ist wie ihr eigenes netz wieder kann ihnen keiner dazwischen funken und dann können sie auch netzwerkelemente oder funktionalität auf ihren campus holen die angebote sind jetzt recht relativ neu angesetzt weil die meiste problematik wird wo er gesehen dass da einer von den anderen kabeln nse lässt grüßen da auf die server kommt und sich da irgendwie einloggt wenn die auch physikalisch woanders stehen also das ist wohl eher das szenario was was da angedacht wird sie können über funk natürlich versuchen über gefälschte nachrichten oder gefälschte signale sich versuchen dazwischen zu hängen das ist aber natürlich relativ aufwendig und wenn sie in so einem da hilft natürlich die werkshalle in abgeschlossenen werkshalle sind dann müssen sie schon relativ nah herankommen kommen wir noch mal zurück zu störungen im netz es gibt ja maschinen die durchaus auch probleme machen so oder so es gibt ja maschinen durchaus die sie mit funk nicht vertragen da muss ja gar nicht unbedingt jetzt sie haben den akkuschrauber von so schön angebracht als beispiel da ist dann da hat man eben funk eingebaut ja was 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 nicht wirklich funktioniert hat aber es gibt auch einfach maschinen die steht da steht eine maschine und hier habe ich jetzt das ganze die ganze werkshalle mit funk abgedeckt was mache ich da da gibt es eine interessante geschichte die ich glaube die deutsche automobilindustrie hat das schon mal getrieben für deren werkshallen gibt es empfehlungen was denn die maschinerie die da reinkommt was die einhalten muss das sind verschärfte grenzwerte das heißt es gibt die eine möglichkeit dass sie von vornherein nach einem schwierig ideal ist schon drin stehen ich will sie nur alles vernetzen gut dann sollten sie gut das ist also komme ich gleich dazu die erste möglichkeit sie bauen auf der grünen wiese dann sehen sie mal zu dass sie vielleicht geräte reinkriegen die vielleicht nicht nur die industrienorm die nämlich sehr lax ist was störaussendung geht erfüllt sondern vielleicht andere normen und die andere möglichkeit ist natürlich nicht mal abstand ist alles in dem geschäft sie gehen mal mit ihm schicken mal jemand rein mit einem tragbaren spektrumanalyse oder an der antenne richter antenne gucken einfach mal was los ist und dann müssen sie sich überlegen wo sie eben mit ihren geräten dann möglicherweise dann doch nicht arbeiten können also neben dem frequenz umrichter oder anderen gerätschaften die wirklich relativ viel energie umsetzen und dann auch entsprechend abstrahlen haben sie auf deutsch gesagt keine chance also das gibt wird es ecken geben da wird es ganz schwierig mit funk die andere geschichte ist natürlich das ist immer eine frage des signal störabstandes wenn sie da genau eine basisstation hinstellen also auch den relativ doch starkes signal dann kann das wieder helfen das immer bei dem thema frequenzplanung in einer halle das sollten sie vielleicht bitte auch experten überlassen oder leuten die da genau bei solchen sagen lösung es gibt lösung es gibt also sage ich eigentlich für alle solche fragen lösung nur ist das in regel so dass der der die fertigung betreibt dass das nicht dessen kompetenz ist müssen beim klassischen ich meine das muss jeder selber wissen ob er sich die die ist noch versucht einzukaufen also make or buy entscheidung die klassische geschichte oder ob er sich nicht ein partner sucht die das können das gilt sowohl für die netzwerkplanung und wie gesagt eigentlich möchte ich heute dass den städte benutzen zu sagen bitte vergesst mir die terminals nicht diesen teil des systems die werden immer gerne ein bisschen übersehen und die müssen genauso gut funktionieren das jetzt nichts wenn wenn das der akkuschrauber die basis station nicht hört weil der einfach so taub ist sage ich jetzt mal so das bringt nichts so und das gibt es aber leute die wissen wie man das in einem gewissen maße geregelt kriegt auch bezahlbar man muss ja auch nicht die die 35 kilometer das ist ja genau der mobilfunk kommt ja aus 35 kilometer reichweite oder noch mehr die brauchen wir jetzt in der werkshalle zwingend nicht von daher gibt es da lösungen für frage die gerade reingekommen ist von kasten fucht er möchte wissen wir haben einen elektro lichtbogen ofen zum stahl schmelzen und möchte in der halle daten von einem kran bekommen was ist zuverlässiger 5g oder wifi das hängt von der frequenz ab wo sie die betreiben 5g erlaubt eben auch höherer frequenzen oder bei die 3,6 oder wifi bei 5 gigahertz würde ich da empfehlen warum jegliche dieser störungen sind in der regel kollege foyer lässt grüßen puls mit der frequenz geht das runter das heißt die höheren frequenzen sind in der regel weniger belastet durch solche art störungen als die tiefen frequenzen aber ich würde ganz einfach mal mit einem mit der berühmten antennenspektrum analyser mal gucken wo es denn wo es denn halbwegs vernünftig aussieht was da kommt das ist wird einfach messen ganz pragmatisch wäre ich da weil der aufwand ist wirklich einfach gehen wir mal nach draußen also wir haben jetzt ganze über fabrikhallen gesprochen wie ist wenn wir jetzt nach draußen gehen und jetzt zum beispiel größeres gebiet ganzes hafengebiet abdecken wollen wie kriegen wir das hin ja wir haben jetzt über technologien und frequenzen gesprochen und da kommt rein das kommt wieder kommt wieder darauf an was sie in dem hafen machen wollen aber mal angenommen wir reden darüber dass da solche kräne hin und her fahren vielleicht möglicherweise morgen ferngesteuert und da kommen wir zu dem berühmten beispiel der lizenzzeiten das also die reaktionszeiten das ist eben warum 5g eigentlich entwickelt wurde so und da ist 5g mit der verfügbarkeit eigenen frequenz weil das sicherheitsrelevant wenn die zusammen fahren ist auch nicht so spaßig so mit den großen container da dran da wird die spiel zum beispiel 5g im eigenen frequenzbereich wäre da die fast ideale lösung weil eben diese diese latenzzeit und die zuverlässigkeit da die entscheidenden punkte sind noch mal bei der auswahl eines funksystems für eine gewisse anwendung sind eben viele fragen zu klären wie gesagt nicht nur frequenz und technologie sondern an dem moment was ist denn jetzt wichtig für diese konkrete anwendung ist übrigens sehr schön richtung diese ansi norm die schreibt genau das man soll sich mal überlegen op am herzen wenn man nur blutdruck mal verschicken will ist das vielleicht andere sachen oder nicht so interessant das zu bewerten was ist die den kritischen anwendung und welche system ist dafür am besten geeignet wir haben gott sei dank die situation dass es verschiedenste funksysteme ich habe da nicht über lora und siegfuchs und andere sachen noch geredet die eher für geringere datenübertragung und geeignet sind aber es gibt es gibt unheimlich viele funksysteme auch proprietäre protokolle also auch im 2,4 gigahertz bereich und auch im 5 gigahertz bereich weil das sind freie unlicensed bands da gibt es nur ganz grobe regeln und da gibt es so viele möglichkeiten also man hat eigentlich den ganzen zu wo man sich was aussuchen kann hinweise nur man sollte sich wenn man da selber nicht der experte für wissen einen suchen und die netzwerkseite da gibt es die eigenen leute in diese wird machen das ist zum beispiel auch nicht unser unser bereich aber es gibt leute die können das und die sollte man da mal fragen was da vielleicht am besten geeignet ist wir haben jetzt schon verschiedene lösungen gezeigt haben schon festgestellt das patentrezept das gibt es nicht wirklich aber vielleicht doch irgendwie so richtung abschluss noch mal kann man das beantworten dass man sagt welche funktechnologie ist jetzt für den einsatz in der fertigungshalle am besten geeignet also wenn es um wirklich das war das thema um wirklich viele clients geht da muss man einfach feststellen dass das wlan system auch die modernen heute noch die versuchen sich dazu zu bewegen auch mit dem handover da haben die schon dann haben die zunehmend probleme schon ein accesses mit vielen access points brauchen sie access points wenn das selbst viele clients hat die nur eidel sind gibt das schon probleme da muss ich ganz einfach sagen da ist die mobilfunktechnologie seit 20 jahren unterwegs wirklich viele clients gleichzeitig zu versorgen die haben ein ein access protokoll was für solche zwecke nach meiner ansicht nach besser geeignet ist auch die die rahmen radio access dieses management wer kriegt genau wie viel frequenz das macht das lte system schon heute deswegen lieben die die netzbetreiber lte sie haben nicht nur auf der zeitschiene einfach weit davon sendung gehen sondern sie können zum beispiel 20 megahertz breites band haben können sie das runterbrechen auf ungefähr 0,2 megahertz also 200 kilohertz die ganze ressource block größe und können sagen immer du brauchst nicht viel für deine datenübertragung du kriegst nur drei ressource block zugeteilt also die gehen sich frequenzmäßig schon aus dem weg noch innerhalb dieser dieser frequenzen dass das wlan versucht das über die haben die größeren bandbreiten über die zeit zu machen das lte ist ein stück flexibler meines erachtens das heißt wenn es um wirklich massiv große anzahl geht dann hat der klassische mobilfunk ansatz glaube ich vorteile also mobilfunk ist 4g 5g bei latency aber schon die lte systeme sind da schon ziemlich gut eine frage wollen wir noch mit reinnehmen von erich friedrich oder friedrich erich ich bin mir nicht sicher nehmen sie es bitte nicht persönlich aber frage ist wie sind denn die typischen reaktionszeiten bei 5g und wifi beziehungsweise stichwort echtzeit und tsn also time sensitive network die zahlen habe ich jetzt so nicht im kopf aber sie kommen sie kommen natürlich nicht an den ganz normalen profibus ran also bei 100 ist mal real die 100 millisekunden bei lte glaube ich sind so eine reale größe die sollen natürlich die soll natürlich noch weiter runter gehen im realen netz ist das schwierig zu beantworten da habe ich nicht in voller schönheit im kopf jetzt die zeiten da muss ich da muss ich leider passen macht überhaupt nichts wir haben trotzdem eine ganze menge mitgenommen aus dieser runde vielen herzlichen dank dr peter nevermann von der ct com herzlichen dank war mein vergnügen dankeschön dass sie hier waren und bei uns geht es auch schon in ein paar minuten weiter und zwar gegen lassen sie mich gucken nicht dass wir uns hier vertun ja bisschen später gegen 16 uhr 15 geht es bei uns weiter hier auf der main stage mit der talkrunde freuen sich also drauf in der zwischenzeit klicken sie sich einfach mal quer noch mal durch das portal durch sie haben sämtliche möglichkeiten kontakt aufzunehmen auch mit der dr nevermann noch mal wenn es da noch nachfragen gibt schreiben sie einfach direkt an kontaktdaten sind natürlich auch entsprechend verfügbar sowie auch von allen ausstellern und sie haben natürlich die möglichkeit sich zu vernetzen digitale virtuelle meetings abzuhalten da haben wir gestern schon tausende wirklich gehabt an einem tag ich glaube heute ist ähnlich also surfen sie ein bisschen durch die plattform und dann sehen wir uns um 16 uhr 15 her wieder zur nächsten tor grunde also bleiben sie bei uns